Peace Leute, ich bin's Marvin, ich bin's Kelvin, und Willkommen in einem neuen Stream bei, ja, und heute spielen wir Dark Pictures, ach komm, reicht jetzt, ja, wir spielen Dark Pictures weiter, ja, vergessen wir, weil sonst verrat. Sonst verrat, sonst sehr großer Verrat, weil sonst verrat, sonst verrat, scheiße, ja, ist ja auch sonst verrat. Hallo, du bist schon drin. Alter, Follower-Zier, das ist ja mal Eider, Mann. Noch 17 Tage, ey, mach's mal die 50 Follower-Fool, Digga. Das ist sogar live, wenn jemand followt, direkt. Das war wir. Verlosend. Alter, ich wasch. Chat, wieder mal maximales Delay. Er ist jetzt angekommen. Delay, Junge, never mind. Never mean to. Never mean to. So, heute spielen wir House of Ashes, auf Arsch. Arschritz. Auf Arsch. Auf Arschritz. Ich hab jetzt schon irgendwie Kopfschmerzen, sag ich dir ehrlich. Spielen nicht allein, weil ich bin ein Mann. Was soll ich, ein Filmabend oder gemeinsame Story? Äh, gemeinsame Story, wir müssen auf, ja, gemeinsame Story. Ja, ich muss dich wieder einladen, sonst geht's bei mir nicht. Komm. Mal. Spielen. House of Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. House of Arsch. Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Habt ihr eingeladen? Digger. Ich sag dir ehrlich, also über Replaystreamer, digga. Gib mir, also gib mir schon wirklich Kopfschmerzen. Schlimm. Alter, du hast auch gemacht, dass Chat bleibt. Das finde ich, das finde ich geil. Na klar. Aaaaaaa... Unary... Guck mal Chat, bisschen wir teilen, mal teilen. Chat, wie gehts euch heute? Na, sind nur wir dran. Jetzt nicht nur teilen, ne. Aaron, Arian. Boris, Simeon. Moritz auch noch. Ne, Moritz nicht. So, ja dann warten wir mal kurz. Oder mal, oder mal. Session wird erschallt. Verbindung zum anderen Spieler unterbrochen. Egal, starte ich nochmal ein. Easy. Wundse, 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 Wundse. Wundse, 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 Wundse. Dark Pictures, Pictures. Pictures! Am, 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 am. Mann. Mach bereit! Wie geht nochmal unser Song? Kann ich bereit machen, was soll das? Ah, meine Ohren, hör mal auf! Ja, Manniak! Alter, du Arschloch! Du Arschloch! Ja, Manniak! Ja, Manniak! Alter, wo ist denn das Follower-Ziel? Wolli, wolli, wolli! Folgt sofort rein! Na, wir sind wieder hier? Ha! Du bist Rachel! Wie immer! Ich bin nicht wieder die Fotze! Ja, doch, du bist wieder die Fotze! Hä? Hä? Hä, was machen wir da? Waren wir da noch schon? Das ist der da, wo ihr aufgehört habt! Ah, ja, genau! Der dreckige Bastard! Äh, verstecken! Ich hab versteckt! Ich hab verstecken! Ja, da konntest du nicht abknallen drücken! Nee, nur verstecken und ablenken! Oh mein Gott! Was der fuck? Ja, ja! Oh mein Gott, ich hab eigentlich... Alter, das ist geil! Oh mein Gott! Ja, bei mir easy! Ich fick Mütter darin! Ja, ich auch, Digga! Ich bin Musifuck! Aber ich hab noch Ö in der Hand! Uh! Uh! Ich auch! Uh! Uh! Ja, ich hab, ich hab! Easy, 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 easy! Der dreckige Bastard! Der dreckige Bastard! Oh ne! Doch, nicht schon wieder! Digga! Jetzt sind wir schwerer! Uh! Oha! Sei ruhig, sei ruhig! Schneller oder was? Ah! Fert... Hast du verkackt oder was? Der dreckige Bastard! Der dreckige Bastard! Okay, pass auf! Hier stirbt einer von uns, wenn wir... Wir müssen jetzt Reaktionszeit haben! Okay, okay, okay! Oh Digga, ich verreckle! Hab dich! Baby, hilf dich hoch! Nein, Rachel! Oh mein Gott! Reaktionszeit, Digga! Viereck gerade, aber Dixon! Komm schon, zieh! Was musst du machen? Komm schon! Aber ich gleich! Oh! 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 Easy! Ich hab aufgehört zu zappeln da, meine Apfel! Hä? Alter! Äh... Arians drin! Ariaaan! Ariaaan! Rachel, halt dich an was fest! Ich seh nichts! Zu dunkel! Und knallt der uns nicht mehr ab? Digga, der ist doch selber irgendwo runtergefallen oder so. Verdammt, Rachel, halt endlich still! Rachel, komm mal jetzt! Oh nein! Ich bin ready zum drücken! Rachel ist... Rachel verreck gleich! Er meinte! Du bist so leid, Rachel! Du bist so leid! Alter! Läster dich jetzt! Hol mal nicht rum! Läster mich! Du... Alter, was ist los bei mir?! Nein! Nein! Ich will nicht! Du Bastard! Du bist... Du bist so ein Hund! Ich komm dann nichts anderes machen! Alter! Hä? Dann wär ja sowieso jemand verreckt! Hä? Der hat einfach nur zugeschaut! Hahaha! Der dreckige Bastard! Ich bring ihn um! Ich bring ihn gleich um! Der hat einfach nur zugeschaut, Digga! Ja! Hä? Egal! Dann bin ich halt jetzt tot, Digga! Wie? Kein Sex mehr! Du bist so glücklosen Seelen gestürzt! Arme Rachel! Verloren! In der Doppelheit! Bande, die man einst für unzerstörbar hielt, wurden jetzt gekappt! Das Herz fällt schließlich immer als erstes! Was ist mit Jason und Nick? Wappenbrüder aber, stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft jedoch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass Sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen! Und die Nacht ist noch jung! Das führt uns zu Salim! Er wirkt besonnen! Fast schon ein widerwilliger Sultan! Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden! Unter der Erde gefangen, von Abrund verschluckt! Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht! Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen! Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten andere einzumischen, aber... Sie erregen mein Interesse! Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten! Ja! Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht! Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete! Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht! Was labert der? Warum hat er einen Schädler aufgeregt? Das wäre alles! Das wäre alles! Das wäre alles! Das hat mir jetzt nichts gebracht! Der hat irgendeine Scheiße gelabert! Was für Fahrt des Lichtes! Ah, du bist Nick! Ich bin Jason! Der Ruler! 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 Ich bin schuld, Mann! Ich habe Murfel umgebracht! Es war ein Unfall! Genau wie die Frau am Checkpoint! Mach diese Situation nicht noch schräger! Reiß dich jetzt zusammen! Ja! Ja! Körnel! Sind Sie das? Was ist mit Rett? Wir! Der Feind hat uns aufgelauert! Könnten auch hier sein! Der hat uns geschossen! Rage! Sie ist gefallen! Er lügt voll noch! Du! Du lügst! Ja! Ich lüg gar nicht! Wirklich so! So fest ich konnte aber! Sie hat mich runter gezogen! Ich musste! Ich musste das Seil kappen! Na doch! Du lügst doch nicht! Wir müssen weg! Wir sind ein leichtes Ziel! Rückzug antreten! Schnell! Da drüben! Gehen wir! Unmöglich! Delay! Langsam! Er könnte noch hier sein! Ehrlich, Körne! Die Iraker sind unser kleinstes Problem! Sie folgen uns nicht! Hier spricht Mailman21 Actual an alle! Hört ihr mich! Over! Joey! Melde dich! Over! Joey ist tot! Wovon redest du verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt! Er starb in meinen Armen! Oh nein! Nicht Joey! Wie zur Hölle kommen wir hier raus! Wir müssen uns hier einbunkern! Eine Verteidigungslinie errichten! Und noch etwas Platz zum Atmen schaffen! Lieutenant! Was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht! Sollten Sie aber! Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was! Sie werden es mir ja doch nicht glauben! Ich war dort und glaub's auch nicht! Monster! Monster! Kommen Sie! Sie sehen Gespenster! Bei allem Risper... Lieutenant! Wir stecken mit einem Iraker fest! Vielleicht mehreren! Was... Sie gesehen haben wollen, das ist Mist! Die Statuen! Nick! Speicher es ab und reiß dich zusammen! Verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot! Die Mission ist ein Flop! Das krieg ich hin! Der Satellit! Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus! Das sind nur Kinderkrankheiten! Ihr Dreck-Satellit! Männer sind tot! Clarisse ist weg! Ihre Frau ist tot! Eric! Diese Mission ist Selbstmord! Hey! Das Kommando hab immer noch ich! Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant! Scheiß auf meinen Rang! Ich bring dich um! Ich mach bitter! Das ist allein Ihre Schuld! Retten Sie uns den Arsch! Was war das gerade? Das nicht mehr! Ja! Nick ist schon ein dreckiger Bastard! Nick! Sie bewachen den Eingang! Wir sehen uns das an! Repariere den Generator! Okay! Dann geht's ab! Ender hoch! Ah ja ja! Wir sind hier wieder wo davor! Warte! Ah nicht schon wieder! Warte! Warte! Wir wissen unser Ziel! Finde den Generator! Ja, ich weiß nicht das! Wir haben den Generator doch schon mal repariert! Das war die... Irgendwas mit Sound! Oder? Das war der Generator, glaub ich! Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten! Na du! Ja ja! Das ist der Generator da hinten! Das ist... Macht! Na du! Sehen wir mal nach! Was ist? Ja! Könnte Hilfe gebrauchen! Schon dabei! Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding! Sabotage? Scheint so! Halte Ausschau! Shit! Schluss mit dem Quatsch! Beeil dich! Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant! Oh shit! Oh shit! Na, not good! Not good! Auge auf! Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual! Wir gehen weiter rein! Over! Verstanden! Vorsichtig da unten! Dropkick out! Verzweigung! Wo führen die Kabel hin? Wo führen die Kabel hin? Folgt den Kabeln auf dem Boden! Weiter, weiter, weiter! Ich sehe Licht! Licht! Ja! Das ist nicht schlecht! Oh! Oh mein Gott! Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich auch! Was stimmt nicht mit dir? Gern geschehen! Ich darf auch aus versehen, läuft der jetzt rein! Geräumt! Seht einfach aus! Gegen Explosion? Nee! Ich muss nur den Draht kappen! Wohl der, der auf Eric geschossen hat! Der Mistkerl verfolgt uns! Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual! Hören Sie mich! Over! Hier, Dropkick! Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V da gelassen! Uns geht's gut! Aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind! Over! Verstanden! Bin unterwegs, Dropkick out! Ha! Er ist unterwegs! Wusstest du ihm vom Schläuferdraht erzählen? Weiter! Versuchen! Ich hab Knochengeibnis! Merkst du, hier sind die ganze Blätter von irgendeinem Tagebuch! Ja! Ja! Stell dir vor, was sie zusammenführt! Komm, ne! Kommt ne Doku raus! Komm, Maja! Warte! Ja, jetzt hab ich noch ne neue Nummer! Letzt, letztens, ich kann mich sogar erinnern! Letztens war doch A29! Jetzt haben wir A59! Ich kann mich sogar noch erinnern, Digga! Geht mal an, du Arschloch! Er könnte uns unten auflauern! Psst! Leise! Ist das Joey? Er lebt noch! Kann nicht sein! Wir hören ihn doch! Unmöglich! Das ist er, definitiv! Diese verdammte Höhle, Jason! Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen! Nimm's mir nicht übel! Aber du bist nicht du selbst! Wir wissen es nicht! Ein Fall! Vielleicht auch nicht! Wir lassen keinen zurück! Sempaphie! 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 Erzähl mir mal jemand, was ihr habt! Leni ist drin! Ja! Mani! Ja! 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 Sagen Sie daran, dass ich hier entscheide! Ich gehe vor! Da kann man Eier lecken! Kriegt gleich ne Kugel der Bastard! Selbst du wusstest, ich gehe vor! Nein! Ich gehe vor! Dreckiger Bastard! Der geht mir richtig auf den Kragen, gell! Das bist du, Junge! Bestimmt nicht ohne mich! Das war mal ich! Damals war er noch verliebt! Jetzt ist er nicht mehr nett! Was meinst du? Er geht dir auf was? Er geht mir auf den Sack! Auf den Kragen? Auf den Kragen, ja! Auf den Kragen! Auf den Kragen! Kragen? Ja! Kragen, ne? Ja! Boah! Nee, Alter! Er soll vorgehen! Was ist das hier? Schau mal, da ist das Monster eigentlich drauf! Auf diesem Auto da! Siehst du auch grad diesen Araber, diesen Iraker? Nee! Achso, wir haben was anderes! Weil... Oh mein Gott! Das Monster bewegt sich! La Ilhaelallah! Oh mein Gott! Ich muss einen Ausweg finden! Fick mich nicht! Ich gehe hier als erstes hin! Oh mein Gott! Da ist die Hand vom Monster! Da! Digga! Das ist das! Oh mein Gott! Digga! Ich buddle ihn aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Das Monster ist aufgestanden! Ey, ich renne weg gerade! Oh mein Gott! Ah! Ich muss gerade... Ich muss gerade... Dreieck... Pressen wie sonst was! Oh mein Gott! 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 Ich werde aufgeschissen. Nein. Ich werde aufgeschissen von einem Monster, glaube ich. Ich müssen x, 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 x! Oh mein Gott! Hat der Gast sogar ein Schuh gegen den geworfen? Nein. Keine Ahnung. ich hab den einfach abgeben was ist das für ein Viech in sein Kopf rein was macht er mit mir in sein Kopf Digga scheiß ich hab ihn umgebracht ich hab das Monster umgebracht wo umgebracht ja ich hab grad ein Rohr in seinen Kopf gesteckt alter der stimmt hier unten aber ich glaub es gibt mehr Monster nicht nur einen oh nein was ist das oh mein Gott oh fuck oh mein Gott ich hab einen Iraker mit oh mein Gott Digga ja ich sag doch es gibt noch einen Monster Alter wie viele Iraker unten sind Alter mit Granate oh fuck mich nicht Digga was ich grad gesehen hab Digga oh Alter ich muss durch den Tunnel mit nem Feuerzeug als Licht ich geh wie ein Mann durch oh fuck bei mir ist ein Monster ja ich bin grad durch zwei Monster durchgegangen Digga Kann das noch nie sagen erst nichts dem Zufall überlassen s found wuh sou ah oh Oida, was machst du mit mir? Da vorne, da ist ein Dämon. Ich rette dein Leben, Digga. Digga, was ist das für ein Viech? Alter, Digga. Ähm, beruhigend, beruhigend, beruhigend. Beruhigend. Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Wenn du jetzt Faxen baust. Na man, ich hab keinen Bock auf den dreckigen Wichser da hinten. Sie hören mich, sie jagen mich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Flock ins Herz. Ich bin ja voll chillig grad, gell? Ja. Weil du auch nicht aufgefressen werden willst, Digga. Verlangt sie nur. Selbst ein Drang, der ausfällt, macht sie nur... Sauer. Wir schaffen das zusammen. Okay? Wir töten ihn, wir töten ihn. Komm. Ich will jetzt ihn töten. Hier, wo ist das Sonnenlicht? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Nach dir, Superman. Nach dir, Superman. Okay. Was macht er? Der isst ihn ja nicht mal auf. Der bewundert ihn. Der bewundert seine Opfer. Also, nach einer Zeit werden diese Reaktionsteile so schwer. Also, du musst so schnell drücken. Naja, Jungs. Jetzt bekomme ich self-auch eins. Ach, komm, fick dich, du Bastard. Schaffst du's nie, oder was? Ach, klar, ich hab's geschafft. Aber trotzdem, ich beleidige immer. Kein's mit. Oh mein Gott. Das war knapp, Digga. Jetzt bekomme ich noch eins. Ah. Alter, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ach, jetzt bei mir wieder. Ach, Digga. Das sind immer die gleichen. Ich denke, das wechselt sich mal ab. Bei mir wechselt sich die ganze Zeit ab, Digga. Wir sind ja ziemlich ruhig. Der ist schon seinen Arsch. Hier, du kleine Fasse. Halt's Baul. Schieß doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dazu. In seinen Körper rein. Oh mein Gott. Press, press, press. Das war schwer, das war schwer, das war schwer, das war schwer, Bruder. Alter, Junge. Wollten wir uns umbringen? Und jetzt hat Fortnite. So, jetzt sind wir jetzt Freunde, oder wie? Keine Ahnung, Digga. Ich will aber keine Freunde sein. Hä, war ich nicht gestern der? Aber das tappt alles. Der, der du gerade bist. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich der. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Seine Mann war sehr schlimmer. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Ich sag, glaubst du an Dämonen? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgeladen. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind. Was wir gesehen haben. Da kommt Zef noch ein Herz in den Ort. Ich bin ein Sempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Utban, Lieutenant. Iraker Armee. Best Friends. Geh mal weiter. Dann lass noch einen Kaffee trinken. Schon krönig ruhig. Äh, lass danach noch einen Kaffee trinken gehen. Hier ist Mailman 2 und ich schon an Mailman 3. Hörst du mich? Hau ab. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Hau ab. Hau ab, Bruder. Ich bleibe. Nein, du bleibst du. Ich bleibe. Ich bin mit euch zusammen. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich kenne die nicht. Äh, sie tun dir nichts in Deckung. Oh, das ist schwer. Vorsicht, lieber Vorsicht, Bruder. Versteck dich. Los. Los. Okay. Ich will dich nicht umdringen. Du warst ziemlich nett zu mir. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Scheiße, Nick. Du hast das Vieh allein gekillt? Was ist das? Sergeant K. Alles klar? Nein, ich bin, ich bin nett. Ja, alles gut. Nein, du musst es so machen, damit... Dieser Plan ist nämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Untertreiben sich, wer weiß, wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Ich hoffe mal, wir sind jetzt Freunde. Alter, was hat der für Waden, Alter? Lagday aber aus dem Ganzen. Ja, hat durchgezogen, Lagday. Nee, keine Ahnung, ich konnte dich verraten, aber... Nee, es war eigentlich ziemlich... Ich meine, du hast mir das Leben gerettet. Oh, du bist Rachel! Was? Warum lebe ich noch, Digga? Digga, schau mal, wie viel Blut ich verloren habe. Ich sag doch, du hast gewonnen. Ich hab's gewusst, äh, gewonnen. Dass du noch im Leben bist, ich hab's gewusst. Bro, wie soll das überhaupt... Achso, das ist nicht mein Blut. Steu jetzt und danach klatscht du mich. Digga. 394 Meter runter. Von voll von wochen. Worauf bist du gefallen? Das Grütfaden ist viel. In das Wasser, Bro. Wo bist du? In dieses Blut. Jetzt sehe ich, dass du das Seil durchgeschnitten hast. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Schatz? Du bist jetzt sauer auf mich. Ja, du Pietsch! Bin ich wieder Nick, oder was? Nein! Alter, ich reparier den jetzt. Ich mach ne Autopsie. Scheiße! Ich bin immer noch hier unten, Digga. Erfindet deine Verbündeten. Entkommen aus dem Abgrund. Ja, wie, Digga? Alleine, oder was? Ja, wahrscheinlich geht mein Feuer noch... Oh mein Gott! Unter Wasser so ein Vieh. Heißt nichts Gutes. Da ist ein Vieh. Ich folge mit dir. Ich folge diesen Viehchen einfach. Digga, was ist das? Das ist alles hier voll mit Blut, gell? Einfach... Alter, ja, ist das. Oh mein Gott, hier ist kein Licht. Dank der Scheiße. Mein Feuer ist leer. Oh mein Gott, Digga. Bastard. Oh mein Gott. Ein Jumpscare, Digga. Ah, es geht weiter. Ah, ich hab was gefunden. Oh mein Gott. Komm, sieh die Flirermäuse. Geh durch. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ah, ich hab was gefunden. Ah, ich hab was gefackelt. Digga, ich bin voll mit Blut. Da kommt ein Monster aus dem Wasser raus. Aus dem Blut. Ja, ich bin richtig schön am Reden und so. The Dropkick. Oh mein Gott, egal. Ich schau nicht nachher. Bro, hier sind überall so Brustkörbe und alles. Überall so Knochen. Ohne Witz. Schaut euch das an. Oh, jeder. Hier ist ein ganzer, so ein Bruder. Bruder. Alles full mit Knochen. Bruder, was ist das? Was ist das für ein Licht? Oh mein Gott. Bro, ich krieg gleich, kriegst du einen Jumpscare Level. Ich hab so ein Blatt. Ich hab einen Geheimnis gefunden. Oh mein Gott, das kommt, das kommt. Oh mein Gott, es kommt, 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 es kommt. Aaron schreibt, wo bleibt Marce? Marce ist doch da, aber der macht doch was anderes. Ich bin ziemlich depressiv hier, Alter. Oh mein Gott, das ist hinter mir, Bro. Dann guck nicht nach hinten, seh ich ehrlich. Wie soll ich nicht hineinschalten? Bruder, ich hör das doch. Jetzt auch mein Charakter das nicht hört. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Alter, weißt du, wo ich bin, Bro? Sei ruhig. Nein. Sei ruhig. Hier ist der Boss, oder hier ist diese Mutter von, von, von diesen, oh mein Gott, hier ist diese Mutter von diesen Monstern. Hier ist, hier ist richtig krass. Oh mein Gott. Der ist, der ist 50 Mal größer als hier. Fluchen, hör mal, hör mal zu und zwar. Ich hab den Trailer von Rachel gesehen. Ich bin gerade auf Heiden, sei mal ruhig, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, ich hab falsche Tasse gedrückt, ich komm, ich bin da, ja, ich bin da. Nein. Bin ich nicht. Ich bin kurz runtergekaufen, gut. Oh mein Gott, verrecke. Das Monster ist genau vor meiner Fresse, ich will mich aufressen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, macht's mal diese Follower-Ziel-Fool. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr meinen Stream mögt. Weil, ey, wenn ihr 50 Follower schafft, ich verlose 10er Payset, ich schwöre auf meine Mutter. So, jetzt habt ihr's. Ich wusste gar nicht, dass du empfst. Oh. Nee, ich auch nicht. Ich schwöre auf meine Mutter, ich verlose 10er Payset. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Muss kein Payset sein, kann auch was anderes sein, was ihr dann wollt. Ja, 10 Euro einfach sind, wenn wir verloren sind. Machst du. Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt. Zwei Leute haben verlassen. 10er schauen wirklich wenig anscheinend. Unglaublich, dass du hier unten überlebt hast. Ich könnte dich als Köder nehmen. Oder die teilen gerade den Stream. Meinst du das? Wäre ich nicht gekommen, hätte ich geheißen. Adios, Rachel. Da freue ich mich damit. Für unseren treuen Zuschauer. Ich brauchte keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Ja, das dachte ich mir. Was ist dein Problem? Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Äh, was machst du? Ich brauche bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sich ja weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten. Danke, Curries. Was? Bro. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Was? Da geht's hoch. Hey, Bro. Aber das schaffen wir nicht. Nick, den du bespielt hast, gell? Ja. Der hatte seit drei Wochen was mit Rachel. Das hat der Jason gesagt. Der hat beim Klettern getroffen. Wenn Nick das rauskommt. Waaaaaah. Oder wie? Keine Ahnung. Ich komme durcheinander mit den Armen. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalte das lieber für dich. Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an. Buh, buh, buh. Das stimmt. Rachel wollte ja sagen, sie hat einen anderen. Das wissen wir nicht. Oh mein Gott, was ist das? Dicker, hier ist ein Dämon. Jetzt ist es ein richtiges Dämon, glaube ich. Bro. UV-Licht bringt die um, gell? Was ist Haya? Haya heißt ins Bett. Dicker, benimm dich mal und schreib mal Bett und nicht Haya. Was für Haya, Junge. Vielleicht doch. Ja, ich werde nicht so lange das zocken. Du siehst übel aus. Wow, danke Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht es dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Die Tempel brennt. Konzentrieren wir uns doch lieber mal aufs Überleben. Kein Wunder, dass du für alle die Queen Bitch bist. Das Traurige ist, du merkst es nicht. Was soll ich merken? Du lässt keinen an dich ran. Du umgibst dich mit einer Mauer. Nein, nicht mal eine Mauer. Eine Eiswand. Sag mal, Rachel. Sie hat mich gerade Queen Bitch genannt. Nee, Bitch Queen oder was soll ich sagen? Ja. Dreckig. Ja, Queen Bitch. Ist nicht leicht als Queen Bitch. Ist nicht leicht als Queen Bitch. Alter. Alter. Alter, was? Bro, einer von uns ist mutiert, gell? Zu so nem Zombie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und wie weit ist das genau? Bis in den nächsten Scheißladen, wenn ich ehrlich sein soll. Alter, kill den Bastard jetzt. Du und ich. Wir sind uns ähnlich. Wir haben beide getan, was zu tun war, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist gut. Verständlich. Oh mein Gott, dieses Vibe montiert gerade auch zum Zombie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei mir montiert gerade dieses andere Vibe zum Zombie. Bro, wir können die mit UV-Licht ficken, gell? Warte, warte, warte. Bro, warte, ich mach kurz Pause, ich komm gleich. Digger, willst du mich verarschen? Egal, ich unterhalte den Stream ein bisschen. Sorry. Ich unterhalte den Stream ein bisschen. So, was geht ab? Schreibt's mal rein, ob das überhaupt geil ist. Weiß, weil... Ach, ich halt's im Maul legen. Marcel, komm mal jetzt. So, bin wir ja da. Das ist prima. Komm mal jetzt. Marcel, Marcel, Marcel. Jo. Geh mal weiter. Weiter, weiter, weiter geht's. Wurden sie, wurden sie. Wurden sie. Nein. Komm, keinen Schritt näher. Ja, und schreibt Leni. Ja, Mann, ernst toll. Ernst toll, ja, weil ich gefragt hab, ob die das mögen. Ja, wer macht das nicht. Aber ich glaub, das ist die einzige Person, die reinschreibt. Auch an mir. Ich geh nicht weg. Versprochen. Aber sag mir, was los ist. Was hat dir das Ding angetan? Alter. Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los, jetzt. Und wenn man... Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf. Wir müssen da rüber. Das Seil wird reißen. Warte. Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Reiß dich zusammen, Marie. Wir sind fast da. Und bitte und so. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Unruh! Oh, shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich helfe dir. Ich hätte sie zurückgelassen. Äh, mutiert die nicht? Nein, die, die, die lebt noch, aber die, die hat richtigen, richtige Anfälle. Sie hustet die ganze Zeit und so. Sie ist wahrscheinlich auch krank. Du musst zurück zum Tempel. Wunarrrrrrrryy. wir wissen überhaupt nichts von unserem feind wir kennen weder gebiet noch truppengröße wir sind arm dran keine ahnung wie lange die tore sie aufhalten ich hoffe auf das funkgerät wir reparieren ist verstärkung sorgen für gleichgewicht sollte da oben ein schwabe eine sache hat eric bei dem ganzen dreck richtig gemacht die luftunterstützung zeichen wenn wir ein signal sind können die uns vielleicht hören wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen ein schritt nach dem anderen finde das guckst mir jetzt das müssten funkgerät sein doch das ist ein funkgerät das ging ja schnell du musst mir helfen das ding zum lauf das ding wurde doch sabotiert was besseres haben wir nicht wenn sich was bewegt rückzug drinnen ist es sicherer danke gute arbeitshaushalt erst mal die kippe der packt jetzt eine kippe an der garten mache das zeug bringt dich noch um gerade nichts mein leben so bedroht wie das raum kein feuer das ist nichts merkst du es nein das feuerzeug hatte rachel von ihm und er hat es ja vorher gefunden jaaa jungen du bist so schlau diga ich schwör moin die nur ein geister signal selbst ohne sender empfängt ein funkgerät schwache signale sind nur geister dann repariert den sender wenn wir ein signal herstellen und centrum rufen können dann ist es nicht mehr weit bis nach hause ich weiß nicht ich bin kein techniker wenn hätte das hingekriegt ach was hast wohl pech gehabt was will der jetzt alter oh oh ah ist das ihm momenta shhhh shhhh ich fühle dich nicht so ich fühle dich nicht so der typ hat bis jetzt überlebt der sprang der will der switcht uns jetzt was ich hoffe der switcht uns jetzt nicht jaa jaa sehe ich ich muss ja es gibt die die in der in der in der wohnen sch Авwok sch poemen ich wohnen ein der in die die wir fühlen wir führen den Soll ich die Hütte rein und nach dem einen anderen zu sehen. Ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der! Du bist nicht weg. Nein. Du bist nicht weg. Du bist der, ich bin der, ich bin der. Ich bin der. Oh, nein. Ich bin der, ich bin der. Der Raucher. Scheiße, Raucher. Alter, das ist Teilnehmer wegwerfen. Tja. Digga, was ist das? Das ist nicht nur einer. Sie müssen für den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das. Lieutenant, ich... Ich sag dir, ich mach das. Los! Erpisst dich. Digga, Kursengo, das ist nicht nur einer, ja? Das mach ich. Wieso? Alter. Was war das? Digga, was? Iraker... Oh Gott. Oh, du, der kleine Bastard. Scheiße. Wie viel Munition haben die eigentlich noch, Alter? Keine Ahnung. Das hört nichts. Wir haben seltenen Zeit. Still. Das Arscher. Der kleine Iraker wird so sterben, gell? Der General, ne? Ja, der wird jetzt so verrecken. Ja, klar wird der verrecken. 100%. Er kriegt entweder Headshot seines Lebens, Alter. Oder er wird aufgefressen. Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Oh, jetzt müssen wir schießen wahrscheinlich, oder? Ich sehe. Ja, aber man muss ja mal nachladen. Wohin? Die haben doch Granatenwerfer. Benutzt den doch, ey. Seine Planke! Ja, wahrscheinlich haben die noch Granaten. In deinen Kopf, du Bastard. Hä? Let's go. Ich habe mich getroffen. Was soll das? Fick jetzt. Wir ficken jetzt. Achso, wir müssen uns vorkämpfen. Seine Onkel. Seine Onkel. Oh mein Gott. Sprint! Oh mein Gott. Nein, ich habe falsche Dings gedrückt. Ich habe falsche Tasse gedrückt, Digga. Fick deinen Onkel. Krieg keinen guten Schuss. Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier. Mach. Fick das an, Digga. Na, wen haben wir denn? Schieß! Und? In seinen Kopf, dem kleinen Buster. Doch, hä? Hä? Ich habe wirklich auf ihn gezielt. Ja, ich weiß. Trabbe, Jonas! Decker, und wir nehmen den nicht mit als Geister. Oh, fuck. Luftfahrf jetzt in den Tempel. Schnell! Alter! Alter, nein! Rachel? Baby. Rachel? Was? Alter, jetzt wird jetzt witzig. Ja, jetzt will ich wissen, was die zum Reden haben. Jetzt, Digga, jetzt... Bruder, schlimm. Ich will wissen, mit dem einen mit Feuerzeug, dass die rumlecken. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Überrascht dich das? Oh! Alter, Nick, man. Der wird einfach so... Oh, shit. Oh, scheiße. Ich habe gesehen, wie die dich... Oh! Knarrez in den Kopf, du Basterd. Schlagen, umarmen. Äh. Oh! Oh, eigentlich will ich ihn schon schlagen. Eigentlich will ich ihn schon schlagen. Eigentlich will ich ihn schon schlagen. Aber ich bin nett, umarmen. Du hast das Seil durchtrennt. Ah! Du kapst es und lässt mich verrotten? Das musste sein. Wir wären beide tot. Du musst das verstehen. Boah, ich hau den anderen jetzt. Jetzt mal, du Bastard. Mach jetzt! Mach doch! Ja. Oh, oh, shit. Hey! Eins gegen eins, du Bastard. Wie emotionslos, Digga. Was war das für eine Fetze, Digga. Was war das für eine Fetze, Digga? Könne hin, könne her. Nicht, Nick. Alter, diese Augen. Ernst, ich bin jetzt ernst. Ich habe lange auf dich gewartet, Eric. Bis? Bis ich loslassen musste. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Salz, galt das wohl nicht. Schau, schau, schau. Digga, schieß da doch einfach in den Kopf. Wallah, hä? Sie, sie will zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Oh mein Gott. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Stimmt. Wir müssen... Warte! Rebellisch. Rebellisch. Sie folgen meinen Befehlen. Digga! Lass sie doch umbringen. Nein, ich bringe die um. Rachel kann meine Eier lecken. Was zum Teufel, Eric? Fragezeichen. Hier geht es nicht um Seiten. Wenn wir das überleben wollen, musst du langsam wie ein Marine werden. Wie ein Marine. Einfach UV-Lampe. Und testen. Jawohl, aus Marsch ziehen oder was? Eric hat eine. Alter. Oder Nick. Eric. Keine Ahnung. Schieß einfach, schieß. Lass mich los. Scheiß auf die Olli, schneid sie ab. Schieß. Dreckige Fotze. Du! Ich kämpfe doch jetzt gegen eine Frau, Alter. Alter, nein. Die wird normal. Oh mein Gott, hör mal die Rogen. Die wurde doch normal, Digga. Nein, die wurde zum Tombi. Sie Dreckskerl, das war Mord. Sie fanden sich tot. Hätten Sie Joys Zustand gesehen, würden Sie verstehen. Rachel. Fotze. Rachel, my Rachel, my Rachel, my Rachel. Die reichen auch schon wieder. Sorry, das ist hier. Na, 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 na. Oh, na. Höll doch nicht, Digga. Komm jetzt. Oh, du Bastard, du Dreckiger. Nein. Bro. Digga. Was ist das? Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Hilf mir. Dann leht den Generator keils hier durch. Wie sind wir schon drinnen? Hier könnt ihr jemand erreichen. Ich hoffe, ihr habt ihr hier. Ah, nicht so wieder. Haltet das Tor, ich werfe den Generator an! Ich sollt mich am Boden... Fuck, das fehlt uns noch! Äh, bin überfordert! Gibt es hier viel? Soll ich abschlagen? Slack? Hä? WTF? Mach halt UV-Lampe rein! Hast du, die kommen dann nicht rein wegen dem Licht, ne? Keine Ahnung... Naja, wegen Sonnenlicht, die haben... Oh, nein! Was ist das? Die UV-Lampe bringt die um! Ja, ich seh grad was komplett anderes dazu! Oh, ich hab verkackt, Digga! Oh, fuck! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hab verkackt, Bro! Ich bin Mann! Ich bin Mann! Euter, ich hab ein Maschinengewehr, Digga! Ich nehm jetzt Maschinengewehr! Diese, äh, Minigun, die wir, äh... ...gestern die ganze Zeit lang gefaut haben! Scheiße! Sie brechen durch! Die Drehers sind schlimmer als Ratten! Es ist Zeit für den Rückzug! ...jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Katakomben. Da geht's nicht raus. Ah, das ist das so. Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle machen los zum Afton. Baby. Alter. Wie viel ist das, Alter? Äh, feuern, feuern, feuern. Jetzt mit LMG, Digga. Mit LMG, Bruder. Mit Browning, Digga. Ah! Oh, ich krieg, ich krieg den Dings nicht da hinten. Oh! Oh, ich weiß, wie schnell am. Oh mein Gott! Fuck! Tschüss! Ich krieg den Dings nicht da hinten. Oh mein Gott! Tschüss, Digga. Was macht's? Oh mein Gott! Digga, ich hab gerade alle umgelegt, Digga. Scheiße! Ich hab Trophäe erhalten. Oh. Oh shit. Oh nein, jetzt explodiert es hier alles. Hier ist überall TNT, bro. Tschüss! Wir müssen hier schnell weg, ey. Wir müssen hier ganz schnell weg. Oh shit. Oh, du kannst doch einfach rausziehen. Oder jetzt fällt doch alles, jetzt bricht doch alles ein, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist all ihm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Wettbewerf Und dann mal gehen. Oh meiner. Hallo nochmal. Alter. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Mit Harakursz! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen. Könnte helfen, alle zu entspannen. Du russos auf dem E-Mail, um aus Marshal Calen. Harkun Beg-Rawesha. Tschüss, warum kann die Alarmisch? Haddisi. Keine Launa. Oh shit. Nur ein Mox. Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Ja, stimmt. Was ist das? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie können? Dieses Mal immerhin von vorne. Komm mal, wie ohne ihn! Sie entscheiden können. Sie sind der Feindlecki. Der eine kennt sich viel zu gut aus dafür. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Der eine kennt sich echt gut aus, deswegen. Sie kommen! Der eine mit dem, äh, dem, mit dem wir dringen. Ah, ja. Warum steht der da herum? Salim, Salim. Vielleicht darf der andere sein weiter dran. Ne, ne, der andere ist ein Bastard, der hat mich umgedrehen. Nein, Bro, eigentlich ist er das Strammste gefühlt, Digga. Der ist komplett alleine durch alles durchgekommen. Ja, ja, den meine ich ja. Aber ich... Den Corporal von ihm. Der ist ein Bastard. Das ist nicht Salim. Der hat einen Corporal. Ja, 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 ich weiß schon. Den will ich umdrehen. Der Corporal, der, der kam durch alles durch, alleine. Weißt du, was ich meine. Aber es ist Salim. Und Salim ist der gerade, der an der Tür ist. Ja, genau. Ich finde Salim cooler. Ja, ich hoffe, Digga. Allein, dass er Moslem ist, Digga. Du wohnst. No, nun. Purwala. 348 Meter Tiefe. Fuß. Digga. Was ist mit dem passiert? Wir kommen am hebelsten Ort auf der ganzen Welt. Nö. Weil seine Mutter so schlimmer. Tüch, warum sind da Käpte? Oh mein Gott. Alter. Jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Ich brauche wieder meinen... Überlebt den Angriff, okay. Tüch. Hm. Was ist jetzt schon 10 Mal nachladen? Einer ist schon weg, Digga. Einer ist schon tot. Ja, der ist tot. Der ist tot. Jason ist tot. Tschüss, Jason. Ach du Scheiße. Tschüss, du Peach. Tschüss. Tschüss. Oh ja, jetzt ist er tot, Digga. Ja, jetzt ist es gut. Jetzt, jetzt ist es... Oder nee, nee, der wird nie im Leben sterben, oder? Nee, ich wusste es nicht. Was? Oh Mann, Digga. Ist immer sterben hier jetzt, der Master. Oder er verblutet jetzt. Oder er nimmt einfach die Waffe und fährt den Captain dahinter. Alter, was ist hier los? Digga, schieß ihm doch in den Kopf. Lampern. Alter. Digga, was ist das? Wer ist das? Bro, ich glaube, das... Ah, das sind Menschen, die wurden dazu mutiert. Ja. Ich glaube. Oder ein Gewehr. Alter, was? Was? Gottmutz. Hack, der Hack, der Hack, der Hack. Der Hack, Digga. Was muss ich drücken? Lass mich irgendwas drücken noch. Bitte, bitte. Lass mich nicht sterben. Salim. Ich helfe dir, du. Rett mich. Oh mein Gott, hinter mir, hinter mir. Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Oh nein, Meebleson nimmst den. Oh nein. Warte mal schneller nach der Fahrzeuge. Oh mein Gott, Rachel, Rachel hat eine Faustkasse. Oh mein Gott, ich muss Rachel, glaube ich, helfen. Nein, erstmal muss ich mich helfen. Mir helfen. Digga, wie viele Magazine haben die noch? Oh mein Gott, Rachel wurde aufgefressen. Scheiße. Digga, die küssen sich grad. Rachel wurde aufgefressen, bra. Ihr Halt. Digga, kill ihn doch, du Bastard. Was bleibt da da noch? Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Er verbrennt. Hä? Oh, verbrennt der nicht? Ja, weil das ist irgendwas anderes, Digga. Das ist irgendwas anderes. Ah, nee, nee. Oh, Eric ist tot. Nein, nein. Ich bin ja nicht. Digga, jeder hat bis jetzt schon eine Faustkasse. Ich überleg die Scheiße. Ich spuck ihn in die Fresse einfach raus. Ja, stirb du, Fotze. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, der hat doch den Kopf zerdrückt, wie soll das? Alter, der lebt noch. Ah, doch nicht. Komm, komm, Flex. Der save lecker, oder? Jetzt ist er ruhig. Endlich. Warte mal. Ich würde sagen, das war's, Digga. Seid ich dir ehrlich? Ja, würde ich auch sagen, Digga. Das war jetzt schon ziemlich... Ja, Digga, war schon, war schon, ist schon viel passiert. Okay, Abmoderation des Grauens. Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für heute. Also, ja. Ja. Peace, Leute. Bis zum nächsten Video. Peace, Leute. Was geht ab? Peace. Peace.